Hallo schön liebe Freunde! Seit Nacht! Hallo! Hier ist auch wieder mein Job, ich weiß Gubi. Und diesmal ist auch wieder schöne Wettenfänge dabei, ne? Und hier kommt nur das dumme wilde Fäßung an. Und was machen wir diesen historischen Tag? Ich weiß es nicht. Ich mach's bauen. Was kommt, ne? Wette und Gubi wird verlieren. Wir sind nicht schön, ich hab' den Gegenruf von Kizations. Wint er. Du kannst... Dich singen sie. Du wirst den brischen. Du wirst den Brischen nicht mehr bewahrern. Du wirst den Brischen nicht mehr. Du wirst den Brischen nicht mehr kennenlernen. Aber du wirst den Brischen nicht mehr 1987-Jahr starten. Nicht nachvollziehen. Ich won't die Zeit, keine Zeit, kein Geld. Ich meinst mir so schnell. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, da 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 da, ah, yeah, ah. NPC Dorf. Die heute sehen so viel besser aus der Zunge. Halt dein Schnauze. Ah, ey. Also mein cooler Gokko-Freund. Ha, ha, ha. Ich liebe euch! Ich hab' ja auch noch! Ich hab' ja auch noch! Und zur Reise... Ey, ich hab' jetzt gar nichts mehr drauf! Hahaha! Ohhhh, so bin ich auf den Arm gesagt! Hahaha! 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 Alter, das tut mir in der Augen da! Das ist gelb, ne? Das ist gelb, ne? Ich hab' das nicht mehr drauf! Ich hab' doch alle Namen, okay? Absolut! Absolut! Die besten sind... ... oder so ist das Traumatik, das will ich so nennen, dass ich das mit drin sein... Von mir auf! Das hat der, äh, automatiert, also... Von der, vom... ... vom öffentlichen Bobo! Nee, ich hab' den, da, 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 da... ... verkehrt, oh, hart, ein Wüttel, du, und dann... ...i...be... ... fangen da zu Sachen aus... Hahaha! Du, haben das nicht vergessen! Günther, der alte Knacker! Günther Schmitschisch! Schmitschi! Ähm, also, Gabi... Ähm! Also, ich wollte... Was darf ich eigentlich richtig gerade aufsprechen?! Also Leute, es geht bald wieder! Boah! Rimmel! Wir sind doch alle, wer gewinnen, echt gewinnen, Alter. Nee, nee, gewonnen. Das finde ich dir auch fiesig. Alter, wir wissen alles, dass ich gewinnen. Nein. Na klar. Halt die Fresse, das ist praktisch platt. Ah, du hast noch nie, wo jemanden gewonnen. Und die Fresse schreiben eh wieder Gabi und Daniel. Ja, wie beim Mittagessen, Alter. Du hast mich so aufgeregt. Ja, aber die sind voll nachbar. Oh, hier, ich hab gefurzt. Gabi, wir sind im Besten. Ja, doch nicht. Klar. Ich kacken. Halt die Schnauze. Das war schon nie Wollwambe gewonnen. Doch. Nö, nein. Doch. Nie im Leben, Alter. Soll das nicht, was Gabi wurde, soll das zwölfalt Gabi, leider gewonnen, soll das in 3-4-Bisch gewonnen. Und zwar mit 2007. Nee, 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 nee. Abonniert uns auf Instagram. Er ist Shadowfan 05. Ich halte LP für 72. Und er halte, ihr möchtet es nicht so zu sagen. Abonniert euch. Und. Abonniert euch, wie soll das geht. Jetzt mal. Adios, Amigos. Was? Ich hab mich gedacht, ihr mit 3-3 bis hin. Mhm, ja 3-3 bis hin. Ja. Halt die Schnauze. Was? Ich liebe dich, Antoni!! Amthony? Amthony, Amthony, Amthony Amthony, little bit Alfonglich kert Antony dont... kaaaa! Eigentlich nicht Dom-Key. 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 Mein Kraft ist so realistisch. Oh meinst du? Geile Häuser. Ich meine, eigentlich sieht man nicht geil, die sehen nur von außen cool aus. Von ihnen sind die Miserate geworden. Das ist ja noch eine Prophäre. Hier ist Leck. Aaaaaaah. Oh, ich kann mein Batsch machen. Nuuuui. Also, Gabi, viel Spaß mit der Frauensuche. Hast du eine Freundin? Nein, hast du nicht. Obwohl, wir wissen ja, du hattest ja eine gehabt, die haben ja mal Minecraft erwähnt. Alina. Alina Fritz. Ich sag noch was mit Janice. Janice? Die mit den Äpfeln. Äh, wer ist das? Hä? Gaby, Freundin! Nein! Ah! Ich guck dich mal richtig. Mäh! Mann, ich hab auch verloren. Äääh... Ich hab auch verloren. Ich hab auch verloren. Schlechtes Sein. Es wird schlecht. Hell shit. Ich glaube das ist sicher ein bisschen zu tun, oder? Ich habe einfach wieder gefunden oder? Ich glaube wie der Blick aussieht. Voll zerrottet! Ich so schaue mich noch so sehr! Oh Gott Ich sie rass zu reden she is she is she is she is und 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 Ah, das ist eigentlich so wichtig! Ah das ist mal auf die Pixel! Ja, jetzt mach ein bisschen Bökel mit ne! Ich finde sie wieder nichts festgemacht. Ich nehm ein bisschen Bier gemessen. Hä? Ich nehm ein bisschen Bier gemessen. Ja. Alter. Ich kann mich fest machen. Haha. Ich warte ja, mein Gott, was ich glaube ich denn hält. Ich mach mal auf die F*** alle. Ich bin client gray. Ich dort lang tileamet ist wichtig. Aber das war Mensch immer einset. Amgen der Voryard ist das determination? Da war ichлично. Wie sehen die Röner aus? Wenn die mit den Leuten Wallwumble die würden uns verdienen Wenn die mit den Wallwumble machen die würden uns voll verdienen Die machen uns fertig Die machen uns das schon zum dritten Mal jetzt Ne, zum vierten Mal eigentlich Oh mein Gott, kippt Wallwumble Vielleicht einfach nur Alter, ihr macht doch Geld ja in der Klasse Ja, 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 ja Das ist echt so Sani, mein Aks Oder sind die Schaufel Was ist das für ein Zwischen? Schaufel, die wir uns wieder Hülsen zu suchen Acht Bäume Machen wir halt nicht Acht oder? Ja, mach das für acht, das ist genau Acht, oder? Schaufel braucht nur neun, die Acht Hm, ja, das ist wirklich Acht Bäume Acht Bäume Acht Bäume Acht Bäume Acht, oder? Für mich ist richtig Acht 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 Bäh Acht Bäh 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 I Bäh die Garten die Klinik die Karten werden die Klinik die Klinik Okay, das hätte ich dir besser. Hä? Als Maus? Ja, das hätte ich dir besser. Du musst doch mal rechnen. Du musst doch mal rechnen. Du musst doch mal rechnen. Mach du auch mal rechnen, man. Dann mach es leichter. Hä, Crowe hat er mit Haftafel gesagt? Mal leise. Bitte. Bitte. Na, macht er eh nicht leise. Ah, Maakoya, mach mal leise bitte. Gut. Crowe hat verstanden, das wusste ich ja auch nicht. Ja. Und, wie hoch machen wir das Haus jetzt genau? So hoch ist denn? So hoch? Alter, meine Flexkatholik. Wacht sich dann auf den Dachboden hin? Ja. Boah, da wird's für ein hoher Saus oder so nicht wegliegt. Naja, legt auf den Türen,mit ist das die Schicksalte. Ja, danke. Oh, wir haben ja auch schon einen Ballast gebaut. So einfach mal so ein Ballast gebaut. Auf Diamanten. Klar, Alter. Ja, das haben wir ja gebaut, aber wir haben gebaut gebaut. Wir haben ja gebaut, aber wir haben. Ja, ha. Da spiel ich auch an, meiner. das ist nicht so eine Scheiße was ist das für eine Scheiße musst du die Finger ein bisschen nein musst du nicht darf man ja nicht shit und ich kann ey guck mal wie geil das Spiel ist guck mal ich muss die Hälfte drauf machen dann bleibt doch so die Kopf hat sich in den Finger geschnitten looky easy oh ich Rumble 2014 gewinne ich ich nehme noch das Ding da ist mir so ein Mächter warte die Nade ist gesündig was Nade ist gesündig